Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit meiner kleinen Serie über Basecamp, also Teil 2 meiner kleinen Serie. Heute soll es mir um die Tourenplanung gehen, die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat. Man kann einen Track erstellen, man kann eine Route erstellen, man kann ganz grob einfach über Luftlinien navigieren, dass man sich seinen Weg quasi dann noch suchen muss. Man weiß eben nur ungefähr, ich sage jetzt mal die Himmelsrichtung, in die man muss. Die wird einem angezeigt vom GPS-Gerät. Und dann eben das Markieren von diversen Punkten, die vielleicht interessant sind, die man sich angucken möchte. Also irgendwelche Kultursachen, irgendwelche historischen Gegebenheiten oder Wasserquellen, die ich mir zum Beispiel markiere. Ansonsten war es das für diesen Teil. Und um euch das Ganze mal zu zeigen, geht es wieder an den Computer. Ja, wir haben unsere Karten installiert. Oder unsere Karte, die wir brauchen. Wie gehen wir weiter vor? Also als erstes sollte man natürlich wissen, wo man hin möchte. Ich nehme jetzt mal so ein normales Stück Wald, das ich schon kenne. In dem Wald, den ihr hier seht, in dem Ausschnitt, heißt so ein Wald, Leerpfad oder mehrere. Da sind wir früher schon als Kinder mit unseren Eltern hergelaufen und eben auch ja, später viel mit den Fahrrädern und aufs Wohl gewandert. Und daher kenne ich mich da recht gut aus. Ja, der erste Schritt ist, sich klarzumachen, wo will ich hin? Wie weit soll das Ganze sein? Möchte ich irgendwas sehen, was historisch vielleicht interessant ist. Oder irgendwelche besonderen Sachen landschaftlich. Das wäre hier zum Beispiel auch gegeben. Da muss man sich dann halt vorher schlau machen und kann das Ganze dann in seine Planung einbringen. Ich weiß ja jetzt, wie das Ganze hier aussieht, was für Gegebenheiten ich hier habe. Ich weiß zum Beispiel, dass dieses Stück Wald hier nennt sich Landwehr. Ich fange einfach mal an zu planen. Dazu klicke ich auf eine neue Route. Denn, anders als ein Track, ist eine Route dafür ausgelegt, mich zum Ziel zu bringen. Ein Track wäre etwas, einen Track erstellt man, indem man eigentlich losläuft und man sagt dem GPS-Gerät oder dem Handy oder was noch immer, er soll alle 10 Metern Punkt setzen. Und so erstellt man eben den, ja, seinen Verlauf. Und so kann man das Ganze angucken. Auf dem Computer oder eben im Internet oder auf dem Handy. Und der eigentliche Unterschied dazwischen einen Track und einer Route ist, dass ich einen Track nicht nachlaufen kann. Also wenn ich diesen Track auf mein Handy lade oder auf mein GPS-Gerät, kann ich dem Handy oder dem Gerät nicht sagen, jo, jetzt starten wir, navigiere mich mal durch den Wald dahin. Das geht nicht, dafür brauche ich eine Route. Viele Programme und Geräte können das umwandeln. Also man kann aus einer Route einen Track erstellen. Man kann aus einem Track umwandeln in eine Route. Dafür ist das gedacht. Was ist, wofür ist so ein Track überhaupt gedacht? Oder warum kann man diesen Track eigentlich erstellen? Ein Track ist eigentlich dafür, oder ich kann den erstellen, um zu sagen, ich bin jetzt eine Strecke gelaufen, ich weiß, woher gelaufen bin, kann diese Strecke am Computer nachzeichnen und kann mir dann angucken, okay, ich bin so und so viele Höhenmeter gelaufen, ich bin also so und so vier Meter hoch, so und so vier Meter runter, ich bin, keine Ahnung, fünf Kilometer bergauf gelaufen. Dafür ist das Ganze gedacht. Man kann seine Tracks, die man aufgezeichnet hat, auf das Programm laden und diese im Nachhinein noch bearbeiten, weil man sich vielleicht irgendwo verlaufen hat. Dann hat man diese unnützen Informationen, die gespeichert werden, kann man auch rausschneiden. Viele Kleinigkeiten, darum geht es mir jetzt aber nicht, mir geht es eben um eine Route. Also wir klicken hier drauf, es erscheint ein Fenster und da müssen wir dem Ganzen einen Namen geben. Jedes Mal, wenn wir in einem neuen Ordner eine Liste oder eine neue Route erstellen wollen, müssen wir das Ganze auf einer Liste speichern. Also allein in diesem Ordner kann man es nicht speichern, wir müssen das in einer Liste speichern. Und diese Liste nenne ich jetzt einfach mal Wandern. Und das Fenster, was sich jetzt öffnet, das ist für uns nicht relevant, da komme ich vielleicht später mal drauf. Und ich setze meinen Startpunkt hier unten, weil ich weiß, dass dort ein Parkplatz ist. Und ich könnte jetzt einfach hier oben reinklicken und das Programm sucht mir einen Weg. Ich mache das jetzt mal. Und das ist dann eben, ich hatte jetzt Glück, ist das auch der Weg, den ich jetzt hochlaufen würde. Also ich laufe die Landwehr hoch bis zum Hexentanzplatz und dann geht es nach rechts in Richtung Schwarzes Kreuz. Das ist der Berg hier oben. Und hier ist ein Kreuz, eins von den beiden. Da ist es, da ist das Schwarze Kreuz. Das ist ein historisches Wegkreuz. Das genaue Information darüber habe ich auch nicht. Ja, bei uns weiß jeder, wenn ich sage, Schwarzes Kreuz lang und dann rechts, da geht es dann Richtung Affeln. Da kann eigentlich jeder was mit anfangen. Auf jeden Fall laufen wir jetzt einfach mal hier hoch. Und ich klicke jetzt einfach mal irgendwo hin, dass ich nur so eine Runde zusammenkriege. Und wenn dann das passiert, was eigentlich nicht passieren soll, dann sage ich das. So, jetzt möchte ich vom Schwarzen Kreuz möchte ich wieder in Richtung Ausgangspunkt. Jetzt klicke ich einfach mal da rein. Und wieder zurück. So, das wäre jetzt das Einfachste. Es kommt schon mal vor, wenn ich jetzt mal ein paar Schritte zurückgehe, probiere ich das mal. Ja, okay, jetzt funktioniert es doch. Es kann schon mal vorkommen, dass das Programm ja, wie soll man das nennen, nicht dementsprechend plant, wie man sich das vorstellt. Wenn ich jetzt hier im Wald irgendwo meine Wegpunkte setze, kann es passieren, dass er nicht den direkten Weg hier jetzt durch den Wald nehmen würde, sondern er würde mich hier hochschicken, ein Stückchen über die Straßen, hier über Affeln und dann da lang. Das liegt dann aber daran, dass man hier oben nicht umgeschaltet hat zwischen den einzelnen Möglichkeiten. Also ich kann nicht sagen, mit dem Auto, mit dem Motorrad, zu Fuß, wandern, Bergsteigen, was weiß ich was. Und dementsprechend plant das Programm. Also wenn ich jetzt sage, mit dem Auto, dann werde ich hauptsächlich über Hauptstraßen geleitet, in Richtung Ziel. Mit dem Motorrad genau das gleiche. Entschuldigung. Da kommt aber noch hinzu, dass das Programm mich über viele Landstraßen schickt, viel über landschaftlich schöne Gegenden. Das ist alles hinterlegt in diesem Programm. Wenn ich jetzt sage, zu Fuß, dann werde ich viel über ausgebaute Fußwege geschickt oder über Bürgersteige. Das sind halt die Unterschiede. Da merkt man das. Und wenn ich jetzt anfange, so eine Tour zu planen und habe hier auf, naja, ich sage mal, Fahrrad fahren, dann plant er halt anders. Und wenn ich dann während meiner Tourenplanung umstelle, oh scheiße, ich habe das vergessen, gehe auf Wandern zurück, dann macht er das trotzdem nicht sofort. Das dauert ein bisschen. Das kann ich euch ja mal eben zeigen. Also, ich gehe jetzt einfach mal auf Fahrrad. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, ich mache meinen Ausgangspunkt wieder hier unten und will wieder nach hier oben. Da sieht man das. Also, er plant mich wirklich zurück Richtung Innenstadt. Die Berge hoch über die Hauptstraße Richtung Kühnthorp durch 9 Rade durch und dann an hier oben ist noch ein Bauernhof und dann durch den Wald neben dahin, wo ich hin wollte. Und jetzt sage ich, oh, ich will wandern. Und jetzt drücke ich einfach hier hin und dann macht er sofort weiter. Und das funktioniert eben nicht immer. Manchmal braucht das Programm einfach ein bisschen Bedenkzeit. So wie jetzt. So, jetzt hat das Programm nicht sofort umgeschaltet. Von Fahrradfahren auf Wandern und ich, anstatt mich hier durch den Wald zu schicken, was natürlich viel kürzer wäre, wieder runter auf die Hauptstraße und, naja, durch die Stadt. Das wäre natürlich nicht Sinn und Zweck des Wanderns. Deswegen, von vornherein sagen ich, wandere, ich fahre Fahrrad. Und dann passt das eigentlich schon. Wenn ich mir jetzt hier die Runde erstelle, ich mache jetzt hier einfach nochmal ungefähr das Gleiche. gehe hoch, gehe wieder runter. Dann möchte ich hier hin, da hin, da hin und dann wieder zum Ausgangspunkt. Dann beende ich das Ganze einfach mit einem Druck auf Escape und wähle hier oben wieder meine Handfläche aus, damit ich hier die Karte ganz einfach wieder bearbeiten kann. Wenn ich dann in der Liste links einen Doppelklick rein mache, wird mir sofort angezeigt, ein Infofenster über diese Route, die ich mir jetzt erstellt habe. Das Ganze kann ich umnennen. Ich nenne das jetzt ganz einfach mal Test. und hier wird mir dann angezeigt, wie viel Strecke das ist, nach wie vielen Metern ich wo abbiegen muss, in welche Richtung. Das kann ich mir alles durchlesen, angucken. Ich benutze das so nicht. Also ich erstelle mir diese Routen, wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin will oder was ich eigentlich vorhabe. Und dann laufe ich einfach dem Gerät nach. Ich gucke zwischendurch mal drauf, dann merke ich mir, okay, jetzt kommen noch 5 Weggabeln und dann der 6. muss ich dann nach rechts. So merke ich mir das zum Beispiel. Dann brauche ich auch nicht ständig da drauf gucken. Dann kann ich hier die Farben ändern. Das ist immer interessant, wenn man mehrere Routen erstellt hat. Ich kann im Nachhinein noch ändern. Die Profile, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, das war fürs Wandern. Er sagt, fürs Wandern brauche ich ja, anderthalb Stunden ungefähr, also 11.32 bis 12.05. Und dann, wenn ich hier jetzt sage, ich fahre das Ganze mit dem Mountainbike. Dann habe ich hier 11.33 bis 11.53, also ungefähr eine halbe Stunde, aber eine gute halbe Stunde, dann kommt das hin. Das sind so die Unterschiede, die das Programm macht. Also wir gehen wieder zurück aufs Wandern. und dann kann ich hier mein Profil noch bearbeiten. Da kann ich, ja, ich kann direkt sagen, okay, fürs Wandern soll er die kürzeste Strecke nehmen. Er soll Höhenmodus, soll Standard sein, also er sucht sich einfach den passenden Weg oder geringer Anstieg. Geringer Anstieg kann heißen, der direkte Weg geht steil bergauf, sind aber nur zwei Kilometer. Und geringer Anstieg, das ist halt eine ganz leichte Steigung, führt aber außen rum um diesen Berg, das sind anstatt zwei, sind sieben Kilometer. Also da muss man immer gucken. Dann kann ich sagen, er soll Autobahnbundesstraßen vermeiden beim Wandern und diverse Merkmale und was weiß ich was. Das habe ich alles so gelassen, wie es ist. Und hier kann man Geschwindigkeiten einstellen. Das ist fürs Autofahren interessant. Dann kann man sie ungefähr so Pi mal Daumen danach richten. Das ist aber nicht zum Wandern interessant. Ja, hier kann ich mir noch eine andere Aktivität hinzufügen. Wenn man da Interesse hat, zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, oder viele andere auch Kajak fahren. Wenn man sich seine Touren plant, hier zum Beispiel über irgendwelche Flüsse, irgendwelche mehrere Seen verteilt, zum Navigieren, da kann man das Programm auch nutzen. Ja, hier kann ich mir dann noch mal die Höhenprotokolle angucken. Und wenn ich mein Mauszeiger hier über das Höhenprofil, so war das Schiebe, sieht man eben auf der Karte da unten sofort, dass diese Figur sich bewegt. Und man sieht auch, an welchem Punkt ich am höchsten bin, wo der Tiefste ist, wo es bergauf, wo es bergab geht. Dann kann ich Hinweise hinzufügen. Ja, ich könnte jetzt schreiben, linke Seite nach fünf Kilometern Quelle. Ja, wenn ich das jetzt speichere, dann wird das in der Datei hinterlegt und auf meinem GPS-Gerät kann ich darauf zugreifen. Das wird zum Beispiel gerne benutzt beim Geocaching. Da werden in diesen Hinweisen, werden dann die Rätsel geschrieben oder Lösungsansätze und so ein Kram. Dafür wird das genutzt. Und Verweise heißt einfach nur, ich kann hier gucken, in welchen Listen wird diese Route aufgeführt. So. Dann kann ich mir angucken, was es so in der Nähe gibt. Dafür setze ich Wegpunkte. Wegpunkte sind das hier. Ich markiere mir jetzt einfach auf eine Stelle, wo eine Quelle ist. Das Ganze breche ich einfach wieder ab, indem ich auf die Handfläche gehe, damit ich meine Karte bewegen kann und doppelklick auf das Fähnchen und hier kann ich dem ganzen dann wieder einen Namen geben. Ich kann das Icon ändern, was mir da angezeigt werden soll. Hier zum Beispiel könnte ich ich könnte mir jetzt, weil ich eine Quelle markiert habe, könnte ich mir jetzt einen Becher mit einem Strohhalm drin nehmen. Ich kann hier sagen, soll nur Symbol, soll Symbol und Name oder Symbol und Kommentar. Ich mache Symbol und Name. Namen gebe ich einfach ein. Quelle und sofort wird mir das auf der Karte angezeigt. Ja, hier kann ich die Höhe des Wegpunktes ändern und was weiß was, aber das mache ich alles nicht. Das bleibt so wie es ist. Also ich benutze einfach nur den Wegpunkt, den ich setze mit den Koordinaten und mehr Informationen gibt es nicht. Das reicht. Hier kann ich wieder Hinweise hinzufügen. Hier kann ich das Ganze auf dem Gerät auch nachher nach Kategorien sortieren. Da kann ich zum Beispiel Listen erstellen mit Quellen, mit historischen Sachen, mit Kultur, mit Sehenswürdigkeiten allgemein, mit was weiß ich für Informationen und wenn ich jetzt mehrere Wegpunkte habe, dann kann ich sagen, die fünf Quellen, die ich mir hier in meiner Umgebung markiert habe, die sollen in die Liste Quellen oder Trinken oder was auch immer und so kann ich mir dann das Ganze auch auf dem Gerät übersichtlicher gestalten. Da wähle ich einfach aus. Jetzt möchte ich nur Trinkwasser Quellen sehen, und dann zeigt mir das Gerät auch nur noch das an und ich habe nicht einen riesen Kauderwölsch auf diesem kleinen Display und auch hier kann ich wieder Verweise erstellen. also wegen der Liste ich bin ja immer noch in meiner Wandern Liste das wäre das kann man eben überall machen ich mache jetzt einfach mal hier unten hier ist zum Beispiel was für Kinder gebaut worden und wenn ich das anwähle kann ich hier wieder den Namen ändern Kategorien verweisen so ein Kram und das Symbol und ich weiß jetzt das ist was zum spielen für Kinder da wähle ich jetzt einfach ein Symbol aus keine Ahnung ich nehme jetzt mal den Panda und so wird das Ganze dann dargestellt jetzt kann ich mir das hier in der Liste sofort auswählen auf der Karte wird das sofort angezeigt auch wenn ich nicht da bin irgendwo hinklicke springt die Karte sofort dahin oder der Ausschnitt dahin wo ich das markiert habe dann kann man ja verschiedene Listen erstellen man kann verschiedene Ordner erstellen ich habe mir hier einen Ordner gemacht der nennt einfach leer da kommt auch nichts rein dafür klickt man einfach rechts neuen Ordner den nennt man einfach leer und dann hat man wirklich eine leere Karten übersicht denn ich habe jetzt alles mögliche was ich hier drin hat habe ich gelöscht zur seite archiviert weil ich hier mal ein bisschen ordnung rein bringen möchte und wenn ich hier mehrere Sachen alles in einem Ordner habe dann ist meine ganze Karte voll mit irgendwelchen ja mit irgendwelchen guten tracks was auch immer und macht das ganze natürlich unübersichtlich jedes mal wenn ich jetzt eine gute plan möchte hier habe ich hier irgendwelche wege um das ganze zu vermeiden macht man sich einfach einen Ordner nennt den leer drückt drauf und dann habe ich eben nichts mehr was stört wenn ich mir meine Tour erstellt habe kann ich mir das ganze einfach mit einem rechts klick senden an und dann hier könnte ich jetzt wenn mein gps gerät angeschlossen wäre wird hier speichermedium oder irgendwie angeschlossenes gerät oder so steht dann da und da könnte ich dann ausführen ja ich möchte das auf mein gerät laden und drück einfach auf ok ich kann das aber auch hier machen hier drücke ich einfach drauf die ausgewählte Tour oder die ausgewählte Liste einfach an das Gerät schicken oder eben vom Gerät empfangen geht auch wenn ich jetzt schon gewandert bin ich war jetzt in einem Wanderurlaub komme nach Hause und will die ganzen Routen oder Tracks die ich gelaufen bin auf das oder in das Programm laden schließe ich das Gerät an und drücke hier oben auf vom Gerät empfangen und da kann man dann auswählen ich möchte jetzt das und das und das auf das in das Programm übertragen da braucht man dann nicht lange umsuchen also das ist echt einfach genauso geht es auch hier ich kann hier einfach auswählen in meiner Liste ich möchte die der Borke also diesen kleinen Spielplatz da für Kinder diesen Wasserspielplatz für Kinder an das Gerät schicken das geht auch dass wir hier dann einfach wieder senden an wenn das Gerät angeschlossen wäre könnte man das hier sofort dran schicken das geht auch so dann kann ich messen das ist eigentlich nur mal eben jetzt gucken von von Punkt A nach Punkt B sind es ungefähr 2,1 Kilometer Luftlinie das ist dafür gedacht ich könnte natürlich auch sagen okay ich möchte wissen bis dahin sind es 539 Meter dann ist es so viel und so viel und so viel und so viel also ich kriege mit jedem Klick wird mir angezeigt dieses wie ein Detailstücke und das hier in dem Orangenen ist eben die gesamte Strecke die ich dann zurücklege und da kann ich auch gucken die Strecke die ich wandert bin was für einen Bereich ich erwandert habe also in Quadratkilometern vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant zu wissen ja das war eigentlich schon alles also das ist echt nichts kompliziertes das ist keine Hexerei man muss sich ein bisschen mit diesem Programm beschäftigen weil am Anfang ist das Ganze so ein bisschen ja kompliziert nicht aber unübersichtlich fand ich das am Anfang irgendwie gerade hier mit den Listen das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht weil ich nicht genau wusste warum wurden mir die ganzen Sachen angezeigt ich kann die überhaupt nichts mehr planen bis ich dann mit ein hinterher gekommen bin dass man sich diese Ordner erstellen muss deswegen versuche ich ich da jetzt ein bisschen Ordnung reinzubringen und eben ein Ordner der heißt einfach leer und ich habe nichts auf der Karte ja ich hoffe das konnte dem einen oder anderen helfen wie gerade gesagt es ist kein Hexenwerk man muss sich halt nur ein bisschen damit beschäftigen auseinandersetzen und dann geht das Ganze irgendwann locker flockig und macht auch irgendwie Spaß wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt ja das Video ist garantiert wieder länger geworden als gedacht aber das ist immer so ist ja auch egal kostet ja nichts ja in meinem nächsten Teil geht es dann um die Karten an sich also die Karten die man sich angucken kann was man alles sieht das wird wahrscheinlich ein langes Video also einmal die Karten die ich jetzt hier benutze die Freizeitkarte und dann einmal die Karte der Alpen oder die Unterschiede sind also ich erkläre es die eine zeigt ein paar Sachen auf der einen und dann auf der anderen für die Alpen da ist schon ein großer Unterschied will ich sollte auch auf anderen Sachen liegen aber da komme ich später zu das war es erstmal ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao